Und dann noch Joe Campbell. Aber es ist auf jeden Fall schon mal ein sehr emotionaler Einstieg gewesen. Und neudeutsch könnte man ja auch sagen, es geht für United irgendwie auch um Street Credibility. Um die Glaubwürdigkeit darin, wie hart du in deinem eigenen Stadion noch zuschlagen kannst. Die Schabos wissen nicht mehr, wer der Babo ist in Old Trafford.